Hallo alle, das ist Barkity74 und wir, und wir machen Oster-Eiern. Wir machen Oster-Eier, wir färben Oster-Eier. Und, hier, wir haben Samen, hier, und... Hab ich dir das hier schon gezeigt? Mehr Samen. Genau, nochmal die Sonnenblumen. Und so wie alle, das war mein Video, abonniert und tschüss. Und die Sonnenblumen wachsen hoffentlich.